So Leute, wir haben ein neues Video gedreht und zwar geht es um Challenges mit Eli, Sid, Willi und Rohat. Big Challenges, die wir gedreht haben. Wenn ihr den Vlog sehen wollt, checkt den bei Juel Vision ab. Der hat den ganzen Tag gedreht und gefilmt. Es sind auf jeden Fall geile Sachen dabei. Liked, abonniert, kommentiert und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. So Leute, wir haben ein neues Video. Herzlich Willkommen Willi, Sid, Eli, Rohat. Wir haben ein paar Challenges, die wir jetzt drehen werden. Die erste Challenge ist drei Linien. Jeder hat zehn Wurf und für jeden Wurf, der reingeht, kriegen sie 500 Euro. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist, aber ich glaube, die haben sich hier richtig was ausgerechnet. Also ich sage offen und ehrlich, ich mache das Portemonnaie aus. Eli, freust du dich schon? Ja, also auch noch mal danke, dass wir hier sein dürfen. Für die, die uns nicht kennen, wir sind alle Streamer. Willi ist noch Fußballer. Die größten Streamer, die es gibt. Aber wir sind froh, hier zu sein und wir geben unser Bestes. Weil jeden Cent, den ich verdiene und ich werde dich auch zwingen dazu, der wird hier gespendet. Okay, können wir den mal kurz noch mal reinholen, weil der guckt ein bisschen confused. Der guckt ein bisschen euch gespendet. Was müssen wir dafür machen, die auf YouTube und Instagram folgen? YouTube und Instagram folgen. Ihr müsst YouTube-Kanal abonnieren und einen Kommentar da lassen und auf Instagram folgen. Und wenn ihr das Ganze euch schon anschaut, liked es. Mensch Freunde der Sonne, benimmt euch. Wirklich Dankeschön, Dennis, dass du hier uns einlädst. Wirklich appreciate it. Also jeder hat zehn Wörfe von den Jungs. Wer startet von euch? Willi. Willi will jetzt wissen. Okay. Zehn Dreier. Jeder getroffene Dreier ist 500 Euro. Ich wünsche dir viel Glück, mein Freund. Tennis. Zehn. Ich schicke dir mein Paypal. Wasserfall. Wasserfall. I'm a mess. Nice! MONEY! Emotion! Gefällt dir. Warte. 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 Eine Frage, die ich dir stelle, wenn du die richtig beantwortest, kriegst du mal Tore auf dem Raum. Also, wie viel ist mein Career-High in der NBA? Warte mal, du kriegst jetzt noch mal ein Tore extra, wenn du die Frage richtig beantwortest. Points. Points, Career, Highscore in Game. 34? Leider nicht. Aber, was man auch noch erwähnen muss, weil die eine oder andere Frage wird zwischendurch jetzt noch kommen. Wenn da was von außen reinfliegt, diese 500, die er verdient hat, werden abgezogen. Ne? Ich hab die im Auge mal gefreut. 3-3-3, Dennis. 500 geht raus. Herzlichen Glückwunsch. Einer von zehn ist aber okay. Also, ich werde zufrieden mit einem. Ich werde zufrieden mit einem, aber für die Community mache ich zwei. 2-3-3-3. Oh! 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 Tausender! Oh! 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 250 an den! Yeah! Viel! 3-10. 30 Prozent. Das ist nicht schlecht. Aber drei von zehn ist okay, oder? Für normale Leute? Im Spiel. Wieso hat er eine Frage bekommen und ich nicht? Warte mal! Das war auch eine Frage. Für 1.000 Euro? Wer hat die meisten Ringe in der NBA? In der Geschichte? Michael John? Bill Russell eigentlich. Also, Bill Russell, der ist auch jetzt vor kurzem verstorben. Der hat elf Ringe. Elf Ringe? Wie viel hat Michael John? Michael John hat sechs, Kobe fünf, LeBron vier. Aber Eli, zu deiner Verteidigung? Ich hätte auch Michael John gesagt. Hättest du auch gesagt? Ich auch. Ich auch. Hättest du gemacht. Zu unserer Verteidigung sind alle Fußballer. Wir haben keine Ahnung von Basketball. Das wäre so weit, ganz genau. Mach du das Geräusch schon jetzt. Junge! 0-9, oder? Letzter? Ja. Letzter? Mach. Okay. In den Playoffs. Wie weit bin ich gekommen mit einem Team? 1.000 Dollar Question. Ey, man muss auch noch bedenken. Sydney, man muss noch bedenken. Du hast noch keinen getroffen. Ja? Du hast nur noch einen Wurf. Das ist fast deine einzige Möglichkeit, jetzt hier Geld zu machen. Ich hatte Conference. Ich hatte Conference. 2.000 Dollar können mit einem Team in New York. 2.000 Dollar. 2.000 Dollar. Ich gehe wahrscheinlich mit einer Null im Mai raus. 1.000 Dollar. Letzter Woche für Sydney. Wasserfall. Ruf mal. Okay, du bist dran. What? Let's go! Für jeden Airboy werden wieder 500 abgezogen. ARD Text im Auftrag von Funk Er hat noch eine Chance. Wollen wir ihm eine Frage geben, Bro? Geben wir ihm eine Frage? Ich hab sogar eine. Hast du eine? Ich hab eine. Wollen wir die erst mal besprechen oder soll ich die einfach raushauen? Bitte, bitte. Nein, nein, ich vertrau dir. Ich vertrau dir. Jetzt musst du Verantwortung übernehmen. Ich muss übernehmen. Ja? Guck mal. Mach mal. Frage an dich. Eben hast du kein Geld gemacht, richtig? Ja. Jetzt hast du die Möglichkeit nochmal 1.000 zu verdienen. Wann wurde Dennis Schröder gedraftet? In welchem Jahr? Oh. Und du hast 10 Sekunden Zeit. Das ist geil. Neun. Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Du kannst überlegen. Ey, ich habe eigentlich, habe ich schon verraten. Ja? Ich weiß. Ich weiß nicht. Bei deiner Frage hast du was gesagt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn du ein bisschen clever bist. Ja, ja. Du hast ein bisschen Old Max am Hass. Aber das scheiße dann aber auch erst. Kriegst du, kriegst du 1.000 Euro gerade geschenkt? Ja. Weil ich habe zu ihm was gesagt, wann ich es erreicht habe. Ist es das hier? Und ähm... 2013? Nein. Ja. 2013. Herzlichen Glückwunsch. 2013. Er gewinnt 1.000 Dollar. Und damit hole ich mir ein fettes Steak heute Abend. 3K. Eli, bei wie viel sind wir jetzt? 3.000. 3.000. 500 Rohr, 1.000 ist 1.000. Das spenden wir alles dann. 3K. Nur weil er nicht getroffen hat. Ja. Also nächste Challenge. Wir spielen 1 gegen 1. Es gibt es 2. Wenn ihr aber... Also ich muss 2 Punkte machen. Wenn ihr 1 Punkt macht, gibt es für jeden Punkt den ihr macht 10.000 Euro. 10k. 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 10.000. Big Ones. Big Ones. 10.000. Wirst du ganz richtig richtig? Ja, ich muss... Okay, ganz kurz. 85% spiele ich. Okay. Das heißt für jeden, der folgenden Punkt von euch, 10k. Okay. Okay. Und es geht aber bis 2. Bis 2. Und ich muss aber nur 1 treffen beispielsweise. Ja, machst du 10k. Aber wenn du 2 machst, ist es 20k. Okay. Und wenn du mich foulst? Ja, dann hast du den Ball. Okay. Heiko, er war doch auch so. Werfen wir oben den Ball oder hast du den Ball? Ich will sagen. Ich will sagen. Ich will sagen. Ich will sagen. Shane, Shane und dann direkt zeigen. Ja, genau. Was nimmst du? Was nimmst du? Ich nehm Stein. Was? Ich nehm Stein. Der verarscht dich doch hier schon wieder. Guckt doch, guckt... Ja, ja, ja. Okay, komm. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ja, was soll ich euch denn anlügen? Ja, ja. Ja, ja. Ah, okay. Nervous. Wurde das gecutt? Also... Wie wird das gecutt? Ja, gut, gut, gut. Der ist ein Frechdachs, ne? Der ist ein Frechdachs. Ok, ok, ok. Oh, okay. Oh, Nervous, ein Frechdachs! Schenk. Was hast du? Was machst du? Schenk. 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 Wie soll man denn da hinterherkommen? Versuch uns Reyes. Ja? Ja. Oh, Elias! 10.000 Euro! 10.000 Euro! 10.000 Euro! 2.000 Euro! EDI! Oh! Oh, mein Gott! EDI! Ich hab ein bisschen Angst vor allem abrüber. Ja, es ist wirklich scheiße! Man fühlt sich wie ein schlechter Mensch. Geh mir den Ball! Was willst du da machen? Was sollen wir da machen? Man kann es mal spielen, ich höre! Sidney, lass ruhig raus! Emotionen, lass dich ruhig raus! Soll ich jetzt weinen? Ich fühle mich wie ein Stück Scheiße! Ja, man hat keine Hände und keine Arme! Oh! Tschüss, tschau, 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 tschau! Ich gebe dir einfach einen Wurf! Oh, hey, hey, hey! Habt ihr es gehört? Ohne Defense! Ohne Defense darf er einmal werfen! 10.000 Big Ones! Ohne Überlegung! Wirft einfach! Wurf einfach! Hat was getroffen! Wurf einfach! Wurf! Hey, pass doch. Wurf einfach! Wurf einfach! Wurf einfach! Wurf einfach! Ohne dieu! Ja, du dran! Ja, du meinst. Dann hat keine Chance! Ja, cool! Aber da muss man sagen, du hast lange durchgehalten. So Jungs, ihr habt 3K gewonnen, ihr könnt machen was ihr wollt damit, ihr entscheidet. Wir verloben. Stoppa, lass uns besprechen. Wir verloben. Wir verloben. Wir verloben. Wir verloben. Ja, du hast ja auch nichts gewonnen. Also wir verlosen das Geld, ihr müsst dafür YouTube Kanal von Dennis abonnieren, Instagram Kanal abonnieren und einen Kommentar da lassen, damit man euch über YouTube kontaktieren kann. Gerne auch ein Like da lassen. Abonnieren, kommentieren, liken und weitermachen. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe die Kinder gerade ins Bett gebracht, die schlafen jetzt in Ruhe. Ihr habt ewig gehört, ihr wisst was ihr tun müsst um diese 3.000 Euro zu gewinnen. Ich war mit den Jungs den ganzen Tag, also die sind echt korrekt drauf. Charakterlich auch sehr cool und ich habe es auf jeden Fall genossen. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und wenn es so ist, natürlich liked. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.